Na moin Ich bin im Oeber Na moin Ja, Fabienne Haan, oeber, wieso? Ja, ich bin am Üben. Hä, wieso soll jetzt von Dünz? Ich bin durchgekommen, weil du am Trompetenspieler bist und meine Hilfe brauchst. Trompeten und Posaunischen unterschiedliche Instrumente, die kann dir nicht helfen. Hä, was ist gar nicht um Trompeten? Was muss dir denn helfen? Kannst du mir das nicht einfach am Telefon sagen? Hä, ich muss jetzt extra von Dünz reinfahren? Ja, kannst du mir das nicht einfach sagen? Ja, ich komme so schnell, wenn ich kann. Scheiße, Scheiße! Ah, wer kommt der endlich? Und was ist jetzt da so wichtig gewesen? Ja, ich habe so eine trockene Lippe, ich kann im Winter spielen unbedingt einen Bieröffner. Gott sei Dank, ich habe nie einen Bieröffner am Schlüssel. Schneck, Schneck! Guck, Guck! Zum Wohl! Oh, scheiße, der Schlüssel! Oh, scheiße, der Schlüssel! Oh, fuck! Oh, fuck! Scheiße, nochmal! Musik Vielen Dank.